Wir sind die 7b und wir nehmen heute das Thema hypergeometrische Verteilungen durch. Und dazu werde ich jetzt einen Urlaub-Kontrolle hören. Guten Tag, die Herrschaften, die Fahrscheine bitte. Sie haben keine Fahrscheine, Leute. Das hast du vergessen. Das werden wir dann auch draußen besprechen müssen. So, Sie? Ich lasse Sie sich mal mit dem Arschereiten. Zeigen Sie mir dabei mal die Fahrscheine, bitte. Vielleicht auch. Dankeschön. So, die Herrschaften, danke schön. So, Entschuldigung, bitte die Fahrscheine. Dankeschön. So, Sie haben auch keinen Fahrschein? Das ist ärgerlich. Das haben wir auch besprechen müssen. So, die Herrschaften, bitte die Fahrscheine. Haben Sie keine Fahrscheine? Oder was? Ja, das geht so nicht. Das haben wir auch vor Sternenrücken verboten für den Fahrscheine. Was ist mit Ihren, haben Sie Ihren Fahrschein? Ich habe es vergessen. Auch keinen Fahrschein? Danke, der Herr. Und Sie bitte. Dankeschön. Gut. Sie haben einen auch keinen? Nein, leider. Tja, also, wir haben jetzt an und für sich, das ist unsere Gruppe, acht Leute davon hatten, wie viele keinen Fahrschein? Jetzt sehen wir noch. Tja, von diesen neun Leuten mittlerweile hatten drei Leute keinen Fahrschein und auch hier haben wir zwei, die keinen Fahrschein haben. Guten Tag, einmal die Fahrscheine, bitte. Sie haben keinen Fahrschein? Nein, ich habe, ich habe, ich habe, ich habe, ich habe es ausvergessen. Ja, die Ausreden, das ist nix. Okay, Sie, bitte schön. Ich suche noch. Sie suchen noch. So, bitte aufhören zu reden, die Fahrscheine. Dankeschön, danke, dankeschön. Sie haben auch gerne. Leider, leider. Das ist ärgerlich. Na gut. Ja, aus acht Leuten konnten wir jetzt feststellen, dass zwei Leute keinen Fahrschein hatten. Wir sind insgesamt 13 Leute hier in diesem U-Bahn-Waggon. Können Sie uns bitte alle aufzeigen, die keinen Fahrschein haben? Ich auch. Okay. Also, es sind 13 Leute hier, fünf davon haben keinen Fahrschein. Der Kontrolleur hat jedoch nur acht Leute kontrolliert und zwei davon sind dabei gewesen, die schwarzen Fahrschein. Ja, und bei der hypergeometrischen Verteilung geht es also um die Berechnung der Wahrscheinlichkeit, dass genau ein gewisses Ereignis eintritt. So, nun bitte ich bitte alle Leute, die keinen Fahrschein hatten, auf die linke Seite der Wand sich zu stellen. So, hier sehen wir nun die fünf Personen, die keinen Fahrschein hatten. Und hier die acht, die einen hatten. Jetzt bitte ich mal, alle Leute vorzutreten, die auch kontrolliert wurden. Und aus dieser Menge sind nun zwei Leute auch wirklich erwischt worden, von den fünf, die keinen Fahrschein hatten. Von den acht Leuten, die einen hatten, wurden jedoch sechs erwischt. Die Frage ist nun, auf wie viele Arten ist das eigentlich möglich? Also eine wichtige Formel der Wahrscheinlichkeiten ist, dass man günstige Möglichkeiten, die man durch alle Möglichkeiten rechnet. Und fangen wir mal an. Also wir hatten insgesamt 13 Personen, die in diesem Waggon saßen. Also alle Personen waren um 13. Und davon wurden acht Personen kontrolliert. Also acht Personen. Und das wären dann sozusagen unsere alle Möglichkeiten, wenn man eben 13 Personen hat. Davon wurden acht kontrolliert. Aber wie viele waren jetzt Schwarzfahrer und wie viele waren nicht Schwarzfahrer? Das wären dann eben die günstigen. Und zwar, die Schwarzfahrer waren insgesamt fünf Schwarzfahrer im Zug. Und von diesen fünf Schwarzfahrern wurden zwei kontrolliert. Das sind jetzt alle Schwarzfahrer. Und die anderen Personen, von 13 Personen waren fünf Schwarzfahrer. Das heißt, es waren acht normale, also acht Leute, die einen Autos hatten. Und davon wurden eben sechs Leute kontrolliert. Und wenn man das alles zusammennimmt und das günstige über alle schreibt, wäre das dann eben diese, da alle Schwarzfahrer, also von allen Schwarzfahrern eben wurden zwei erwischt. Also fünf über zwei mal die Anzahl an Personen, die den Fahrausweis mit hatten. Also acht. Und davon wurden eben sechs erwischt. Und dann dividiert durch alle. Das heißt, diese 13 Personen, die im Zug waren und acht davon, die kontrolliert wurden. Und das war die Form.